Yo, was geht ab YouTube? Willkommen zum neuen Video auf dem Main-Channel. Heute soll es ja um, ich würde sagen, die schwierigste Challenge gehen, die es momentan in Warzone 2 gibt, und zwar eine Nuke. Wir haben das Ganze nochmal versucht mit Shooks zusammen, Melo und mit Serena, also mit Saltis, meiner Freundin. Wir hatten wirklich, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel Warzone 2 gespielt, das waren auf jeden Fall mit die verschwitzten Lobbys aller Zeiten. Wir haben es noch zur absoluten Prime-Zeit gemacht, also wo die ganzen schönen Schwitzer online sind, ich glaube so 19, 20 Uhr, war dann die Nuke-Runde. Wie gesagt, 5 Wins muss man dafür holen, 5 Wins, und dann noch in der letzten, also in der 5. Runde, also in der 6. Runde, nachdem man 5 Wins in Folge geholt hat, dann die Nuke zusammensetzen. Wie das gelaufen ist, seht ihr jetzt hier im Video, und hier auch noch ein kleiner Teaser, es wird eine sehr, sehr geile Nuke-Challenge geben, aber dazu später mehr auf dem Kanal. Jetzt einfach nur viel Spaß mit dem Video, ich hoffe, ihr habt ja genauso viel Spaß, und ihr fühlt es, wie intens das war bei uns. In diesem Sinne, viel Spaß im Video, wir hören uns, ciao, ciao. Wie geht da hin? Einer von euch nimmt den Auftrag an, okay? Wer nimmt dann? Welchen denen da bei Village? Ja, den ich markiert habe. Ich kann machen, wenn ihr wollt. Was passiert, wenn man den annimmt? Noch gar nichts. Willst du ihn annehmen, willst du ihn annehmen? Ja, ich will den annehmen. Okay, wo landen wir, Jungs? Genau da, ihr geht auch, ne? Ihr geht nicht mehr zu dritter hin. Ich komme, ich bin Heli dann abholen. Okay. Juhu. Direkt auslangen, ne? Perfekt. Jetzt einfach looten, ne? Genau, wir machen dann wieder Stronghold und dann Blackside. Nothing changed. Nein, 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 nein. Wir sagen dir Bescheid. Junge, ich bin so kleiner Bibi gerade. Ich glaube, so rum. Ist wirklich kleiner Bibi gerade. Kleiner aufgeregte auch. Hier ist ein Kranatwerfer. Für Feuerkraft. Lass auf keinen Fall nehmen, ne? Sirena, auch nicht aus Versehen, dieses BE. Nee, nee, ich weiß, das weiß ich. Ich habe gesagt, alles normal machen. Keine Sorge, ich halte dich an die Regeln. Melo, wenn du nimmst, fünf Subs. Ehrlich? Nein, 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 nein. Alter. Sonst kriege ich Ärger von Sirena auch. Der Mann macht das für einen Sub. Ich schwöre ja. Ich habe by the way 100er Ping in der Lobby, geil. Hab bei immer 15, hatte ich mir die Zeit, einen Teil anzunehmen, oder was? Nee, nee, dann musst du bis dahin, musst du fertig sein. Zuließe, dann wird die Bombe getroppt. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich spiele auf jeden Fall Esmin und Smokes, ne? Ich auch. Da spiele ich die ganze Zeit. Nee, ich habe ganz ein Wortmesser wegen dem Pinsen. Arsenal dropping. Alle zum Heli, alle zum Heli schonmal, oder? Wegen Stronghold. Ich soll ich Tone anmachen bei denen. Ey, Jungs, lief mal. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist nur einer drinne. Ja, das. Hier raus, meinst du? Er rennt halt da, ne? Der ist komplett shit, der Typ. Ein Team. Ein Geschiebt, der ist immer weg. Das sind beide am Shop. Ja. Ich hab' juss. Ja. Oh, ich hab' den hinter euch gar nicht genockt. Äh, nope. Oh mein Gott. Der Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Du wolltest flash. Rotz hier halt, ne? So ab. Ist der am Auto tot? Der ist direkt am Auto. Ich darf ihn down. Hast du den Finishing, Mädel? Rücken vor. Der da hinten geht resen, der da hinten geht resen. Ja, der ist im Haus, ne? Immer noch. Der ist da rein, oder bin ich dumm? Ja, seine Meta mehr. So bei der Meta geht resen, deswegen. Ja, der Tamir ist ruhig gestorben. Über den Tower, oder was? Man muss über den Tower, ne? Über den Tower, wir können über den Tower, ja. Wir müssen hier nur auf diese Relingen springen. Ja, ja. Oh Gott. Da habe ich immer Angst. Wer hat Key hat Manu, ne? Ich habe die, ja. Ich habe zwei Plattenboxen. Wir müssen unten rennen, oder? Jetzt auch, glaube ich, runter. Ich habe halt nicht viel Money, ne? Muss ich sagen, an der Stelle. Kriegen wir hier gleich. Sind sie. Digga, die OP, die sind, ne? Ich bin One-Shot. Lass mich hier. Oh, ja. Der ist hier direkt, nice. Thank you. Ah, ich schieße wieder auf euch. Digga, die Bolts. Ist hier kein Sagan? Ah, doch, besser, ne? Ja, bitte doch. Wo ist denn der, Digga? Der ist hier immer so voll easy, weil der Bunker so ein bisschen aufgestellert. Der ist eigentlich so gut wie tot schon, oder? Ganzes Mech im Kopf, super. Oh, Digga, diese Boxen sind so Bastel. Nice. Eine an den Shop, eine an den Shop. Werfe hier mal eine Moneybox. Ja, ich werfe die hier im Raum. Ich werfe auch eine, also ich habe schon eine gebrochen. Alles gut. Runter uns vom Zweibling. Ja, von der Enemy ist so gut. Ja, diese Bots, also. Denk an die Richtigen, denk an die Richtigen, denk an die Richtigen. Ja, ja. Geh wieder hoch, oder? Das ist bei mir jetzt. Und zu dir, Manu? Er ist hinten an der Kante, oder? Er ist unten drin und ist aber auch schön. Schön. Nice. So, jetzt heißt es, man macht hier noch, hier sind noch weiße Kisten, glaube ich auch. Es bleibt auch nicht, oder? Ich bin still aufs Cut. Digga, ich komme ja nicht mal dazu, meine Waffen nachzuladen, gell? So, pack ich die hier ab. Ich glaube, hier mal eine Armorbox. Ja, irgendwo müssen noch die Kisten sein. Ich glaube, hier mal eine Armorbox bei mir. Über uns ist, glaube ich, eine Kiste. Eine Kiste. Ja, ja. Ich habe eine. Ich habe aus Versehen die Drohne eingesetzt. My bad. Die Drohne in der Meinsatz. Aufklärung online. Hier ist noch ein, vielleicht könnt ihr noch was mitnehmen von den Sachen hier, weil ich habe hier so immer mal viel. Hier sind noch zwei Prezis, die wir mitnehmen können. Ja, ich nehme was mit. Bei mir ist auch noch ein 14. Hella ist im Loch, der kommt jetzt auch. Alright, ich bin set up. Me too. Da kommt einer, ne? Oh, er snipet. Er snipet der Closed-Typ. Der ist one-shot. Ich, 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 ich posch den, ich posch den. Aua, ich hätte uns, oh mein, oh mein Gott. Hey, oh. Er ist safe gegenüber. Er ist safe. Okay, du, was? Das ist nur Rampfer. Hast du das bei dir gemacht? Den linken? Bloß an mir, Jungs. Seht ihr das? Hab ich. Der ist nur noch links. Weiß. Ich habe aber keinen self mehr. Mit Double self? Ich habe auch keinen self. Hier, 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 die hat, der hat nochmal self hier drin. Ich habe auch noch Doppel self, ja. Ich sehe, ihr habt ja da keine Vision auf den Cheap. Egal, das kann sein, dass ihr cheatet. Ich habe dich, alles gut. Mercer, ich muss weg. Nein, der ist ein bisschen, wach doch, wach! Achso, okay, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Wenn du genug bist, alles gut. Dann fangen wir jetzt, ob ich wiedergessen. You are right. Hier ist heute ein self drin. Lass jetzt was auf, ne? Weil wir sind hier Todesauf. Wir sind da Lowdowns getroppt, ne? Ich, äh, ich hole mal das. Hol die Fahrzeuge. Ja, ich hole den Chuck hier hinten. Ich shop hier nochmal ein Self, Jungs. Hier bei mir. Noch eins. Und dieser eine in dem anderen Krater hat er auch noch ein Self. Ich hole den. Den Krater habe ich jetzt. Den Krater habe ich. Hast du das andere geholt, Medo? Ja, ich habe eins genommen. Easy. Ähm. Ja, warte, ich parke das einfach nur hinten, oder? Oder nimm du das, ich gehe das andere holen. Park das hier einfach überall so ein bisschen. Ja, ja. Also, ihr braucht ein paar Fahrzeuge hier. Boah, die sind halt alle so ass. Sowohl das Fahrzeug geht hier eigentlich auch noch bei mir. Oder der LKW geht. Ja, das hier geht auch. Ich sparte immer bei der Halle. Rechts auch noch ein Auto. Ja, ja, das ist schlau. Soll ich den holen, oder? Oder sogar warten wir nicht so weit gehen? Ich nehme rechts das Scheiß-Auto. Das sind halt nur so ass-Autos, ne? Ich habe hier noch einen normalen Auto. Schau mal, ihr nehmt gleich den Heli und fliegt zu dritt zu dem Element. Parkt euch das Element ein und fliegt sofort wieder zurück zum Exide und dann chillt ihr da. Soll ich den Truck da rechts holen? Äh, ja. Warte, ich guck mal ganz kurz, ob hier dieser Stronghold gelootet war, dann nehme ich da noch zwei Drohnen mit. Der ist da so ein Stronghold. Ich glaube, das wurde nicht gelootet. Sind hier nicht irgendwie Low-Lots gedroppt? Kann sein, dass dann hier Gegner sind. Ja. Bei mir. Kann gut sein. Hier ist ungelootet das Stronghold. Hier ist jemand bei mir. Hier ist ein Gegner bei mir. Und dann geh weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Oh, vier Leute. Ich glaube, die sind da im Shop, um ehrlich zu sein. Gehe ich da auch wieder zurück. Scheiß auf den Truck. Da soll ich wieder zum Stronghold, ja? Ne Drohne bekommen. Wichtig. Soll ich noch was einpacken, kriegst du oder nicht? Ich habe jetzt drei Airstrikes auf Tasche und hier liegt noch ne Drohne. Die kannst du nehmen. Ich habe hier jetzt drei Airstrikes, eine Drohne. Zwei Drohnen, ein Airstrike, die Advanced. Und hier ist nochmal Self drin. Hier ist nochmal Self, wenn du willst. In dem Back. Double Self ist wichtig. Ich habe sogar Triple Self. Oh ne, ich habe auch noch Double Self. Okay, ja genau. Hier geht jetzt zu dritt zum Heli und fliegt zum Element. Ja, ich parke noch das Auto da. Wie komme ich da hoch? Verholst du den Heli? Außen ist der Zip-Line. Hier ist der Leiter und dann ist der Zip-Line. Äh, äh, wo ist die Leiter? Äh, lauf die Treppen hoch. Und danach hast du hier die Leiter. Ah ja, hier A, wie meinst du, okay. Und dann einfach hier die Zip-Line. Ah, okay. Habt ihr Platz fürs Element? Hat einer von euch Platz im Rucksack? Er braucht einen Platz. Ansonsten... Ja, ich hab Platz. Okay, dann... Ihr geht dann wieder oben rein, okay? Oben in die Blackside rein. In den Turm, meinst du? Der Heli muss eigentlich repariert werden. Oh ja. Könnt ihr noch einmal zurück? Das wird doch reichen, oder? Ja, ja, ja. Geh du mal zurück. Geh du mal mit... Repräg mal den Heli. Wir gehen hier schon mal raus. Und ich nehm's aber noch nicht. Ja. Es ist hier. Es ist hier bei mir. Du musst es jetzt gleich nehmen, Sirena. Und dann chockst du es einfach. Aber noch nicht nehmen, ne? Nein, ich nehm noch nicht. Ich hab die Platten hier aufgenommen. Dann kannst du es einfach gleich droppen, wenn wir es dir sagen. Ja, droppen? Ja, egal. Ja, halt bei der Blackside droppen. Oder nicht? Nö, ich erziehe. Du kannst damit behalten, ist so wurscht. Oder auch behalten, ne. Aber du wirst dann by the way die ganze Zeit gemarkt, ne? Du warst dann so ne Krone. Ja, ich bin eh ass. Nicht so schön, wenn ich gemarkt bin. Don't know about that. Melo reicht doch nicht. Wirst nicht sterben. Nein, ich wurde grad wieder angeschossen, ne? Deswegen. Du brauchst ne Drohne, Melo. Ich hab eine, ne? Melo, geh da weg jetzt. Geh da weg. Ja, ich muss playten. Wenn ich hochgebe, bin ich tot. Ich erst treuke die. Ich bin oben rein, nicht oben drauf. Ich hab's schon abgeschossen. Aua. Aua, ich hab's schon totesabgeschossen. Kann man jemanden zurückschießen? Oh, also ist okay. Wo rein wollen wir? In Turm oben. In Turm. Ja, ja. Springen raus. Die sind da. Die sind da schon, ja. Nicht, dass die jetzt schon hier oben sind. Erbruch. Oh mein Gott, die haben mich fast getötet gerade, ne? Ich bin fast bestockt. Merza, Merza, Merza. Ey, ich... Komm ich hier unten rein. Wo seid ihr? Komm ich hier rein. Reda, wo bist du? Bei mir, hier, hier ist die Tür. Hier. Ich hab' gefunden, ich bin drin. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo kann man sich hier außen hochzippen? Innen, innen gibt's einen Hof, den wir runtergelaufen sind. Stop safe. Tipp dich an. Einer ist schon bei uns unten. So, hör' dir hier. Mach hier mal ne Dings hin und da müssen wir eigentlich nur die Stairs holden, ne? Hier oben können die nämlich nicht kommen. Ich habe Peter in den Säulen zu kommen bei uns, so. Ey, die sind schon oben. Die drehen sich auf. Ich bin voll Flech, Spruch, Hilfe, Merza. Ich bin tot. Komm her auf. Ich strick das. Kann ich nicht. Perfekt. Ich hab' euch gestrickt. Weiß, Merza. Digga, warum? Ich kann so oben, Chris. Ja, warte. Kommst du zu mir? Komm hoch zu mir, komm hoch zu mir. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Aber warum geht meine S-Mine nicht hoch? Komm, komm hier, komm hier. Ja, ja, ja. Warum geht meine S-Mine nicht hoch? Das macht gar keinen Sinn, Digga. Okay, da liegt die Püffel im Sein-Cat. Ich komm wieder. Nice. Wo soll ich dran? Bei Ihnen am besten. Ich hab' ja das Ding wieder aufgesammelt. Ich hab' da zwei S-Mine, ich hab' da zwei S-Mine. Ich hab' da zwei S-Mine, ich muss eigentlich nur die Zip-Line abheben. Wo seid ihr denn, seid ihr ganz oben? Ne, seid nicht ganz oben. Wo wir waren, wo wir waren, da musst du noch mal die Treppen innen hoch. Wir sind schwer zu erklären. Da sind aber Gegner, da sind Gegner, ich kann nicht zu euch. Ich bin tot. Ja, es geht nicht. Unter uns sind Gegner, also wir sind hier ein bisschen trappt. Wir sind so viele. Aber wir sind halt oben safe. Dann macht hier zum Not gleich den Airstrike und nimmt da die Autos und fahren weg. Hab' einen gelockt. Hab' einen gelockt. Ich weiß halt nicht, wo die da sind. Warum seid ihr jetzt da? Hab' einen. Ich guck mal hier, Melo. Was ich da sehe. Sirena ist hier, Sirena ist hier. Hab' einen getötet. Also auf Airstrike. Airstrike. Die landen jetzt hier. Pass auf. Die können jetzt, die können jetzt, die können jetzt da wiederkommen. Ja, warum? Wir sind so Deutsche. Ich wünsche euch alles Gute. Und hier macht halt doch. The fuck. 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 Ah, ich brauchst du ne Drohner? Äh, jetzt müssen wir halt kommen. Ich hab' eine in dem Hintergrund. Okay, warte. Ich kann eine Drohner benutzen. Ich muss mal ne Waffe schnell holen. Ich krieg die da nicht raus. Alles. Hey. Das ist einer aus meinem Stream. Weck. Kriegt ihr die Waffe da raus? Nee. Hier liegt noch einer. Ja, die kann ich nicht nehmen. Ich kriege die nicht raus. Nee, geht nicht. Warte mal, Allmars ist nur noch einer unten links und die rechts am Shop. Ja. Habt ihr gehört? Ja, ihr könnt jetzt gucken, wie ihr kommt. Ja, ja, ja. Das ist halt versuchen, hier die nach und nach zu killen und dann hier weg. Ich versuche, okay, die Zeit beizuhalten. Einer kommt hier hoch. Carrie Potter. Neben rechts sind die noch da und dann können wir eigentlich los beim Turm. Einer ist unten noch bei den Autos. Also ich geh jetzt runter, Jungs und Mädels. Der wird doch gerade, der hat ein Auto geklaut. Beziehungsweise, wartet mal. Vielleicht krieg ich den raus, geb ihm. Wird gesnaght. Weak. Wir sind bei dem Shop zwischen uns, muss ich sagen. Einer auf dir rechts, ne? Wir haben keine Autos, wir haben nur noch den Chuck, ne? Wir haben nur noch den Chuck. Ich muss mich kurz platen, ich muss mich kurz platen. Keine AR, aber ich chill jetzt einfach ohne AR. Dann fahr du, dann fahr du. Aber ich hab auch nicht, ich hab eine AR. Ah, fahr, 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 fahr einfach. Ich muss mich wieder platen. Ich streake die jetzt hinter. Macht Streaks auf Dach. Ja, ja, ja. Dann direkt durch, wenn ihr könnt. Beno, du musst Dings, ne? Du musst dann Bomb-Plays gehen. Ich hab einen downed, ich hab einen downed. Oh, das ist jetzt Trümmerbruch. Ich hab alles gesmoked. Ich bin tot. Wir in Tower, hier in Tower, in Tower. Oh, er wird gesniped. Ich versuche ja, ich versuche ja kurz in den Tower. Ich versuche ja kurz in den Tower. Warte. Ich hab gesniped von da hinten, von dem Haus hinter dir, Manu. Chill, 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 chill. Chill, chill, chill. Fert sie auf mich. Fert sie auf mich. Einer ist unter dir close irgendwo, Chris. Ja. Mach jetzt meine Advanced an und ich geh resen. Ja. Ich muss den hier pushen bei mir. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich stand beim Element, ja? Ja, ja, ja. Ich smoke dich, ich smoke dich. Ich kann ja zu dir, Chris, ne? Ja. Hier liegt einer, hier hinterm Turm. Da könntest du eigentlich landen. Hinterm Turm kannst du landen. Direkt da, wovon du jetzt kommst. Du musst kurz ein bisschen warten, Mello. Du musst ein bisschen warten. Da kannst du planen, von da. Du solltest eigentlich planen können. Ist da bei dir noch so ein anderer Turm, Manu? Ich komme zu dir, ja? Bei mir ist ein Turm, ja. Ich hab reingetanzt oder war wieder gesniped. Deswegen sage ich warten, Bro. Ja, Bro. Ich muss aber renten. Nö. Einer ist da rechts, ich komme zu dir rein, Manu. Wir müssen planen. Soll ich ein Prezi irgendwo hinmachen? Ich hab doch einen. Hier sind ein Sniper. Ich kann es gleich machen. Kannst du Mello kaufen? Äh, ich versuch. Ich bin gut, ich muss ich... Ich wollte den Prezi noch auf euch setzen, aber das kann nicht. Ich wollte auch, Gedings. Soll ich jetzt auf Mello kaufen gehen? Hört mich? Achso, ja. Wo bist du denn? Oh, du bist ganz oben, Mathe. Ich bin neben dir. Ich hab ein Prezi auf die gemacht, die euch snipen. Einer war da auch rechts am Wasser, ne? Ja, ja. Chris, willst du hin? Äh, ja. Ja, 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 ja. Warte, ich smoke mich hier kurz. Ich glaube, der war da hinten im Wasser, ja? Ja, ja, weiß ich. Kannst du smoken? Er macht Prezi, er macht Prezi. Ich muss weg. Ich brauch Smokes, ich brauch Smokes, ne? Am Bombspot. Sag mir, wenn ihr könnt. Ich schwieg die jetzt da hinten. Dann können die nicht. Ich brauch nochmal ne Smokes. Hab ich keine mehr. Ich bin zu weit weg. Ich sterbe. Ich komm nicht zum Shop. Wir sind zu viel. Alles gut. Ich versuche irgendwie zu dir reinzukommen, Manu. Ich hab keine Schilder mehr. Hast du noch? Äh, ja. Komm her. Ich halte hier ein bisschen Leute weg. Die despawnen, die despawnen. Alles gut. Check, du mal ein bisschen Bombschriss. Nur vorsichtig vor den Snipern. Spray einfach mal. Oh Gott. Wenn du Late kaufen kannst, Serena, Medo. Perfekt. Ja, ich renne. Da ist jemand am Shop. Ich glaub, er hat mich gesehen. Der Hintern ist noch jemand. Ich bin so One-Shot. Tap me. Tap me. Tap me. Alles. Ich geh checken. Ich geh checken. Ich hab ja noch einen Airstrike. Ich bin tot. Hier ist noch einer. Alles gut. Oh, Güte. Ich mach unter uns Snipern. Dann gib die an der Bombe weg, Manu. Ich mach jetzt Airstrike einfach drauf. Mach, mach, mach. Ich geh close. Ein bisschen. Jo. Nice. Ich hab den Finish. Ich glaub, wir werden grad gepusht, Manu. Bombe safe. Bombe safe. Bombe safe. Wir haben das. Ich hab den Twitch komplett aufgenommen. Fuck. GG's. Oh mein Gott. GG's. Ich sag doch nicht, Joke. Mach ihm es einfach. Ah lol, es ist wieder der Glitch wie damals. Es gibt keine Emotes und so, man auf Twitch. Besser Glitch ist das. Top Badges, alles weg. 4 Fortnite. 4 Fortnite. 4 Fortnite. Oh mein Gott. Well played, Jungs. Junge, ich bin so gerannt zu diesem Shop. Ich weiß nicht, wie ich überlebt hab. Irgendwie tausend Leute waren da. Man und ich werden da wirklich gerade auch noch gegen 40 Leute mehr das Holden können, by the way, aus dem Tour. Ja, aber gepusht hatte halt die ganze Zeit zwei S-Minen unten im Tour und die können halt auch nicht hoch. Also muss ich schon sagen, wenn Fortnite Finn 2012 euch ne Nuke drückt, ist schon Krise. Das ist wirklich. Das ist so ein Disrespect.